Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The War Zed. The War Zed ist ein Zombie Survival MMO. Es gibt aber keine Klassen, keine Level und keine unrealistischen Fähigkeiten, wie wir das aus typischen MMO-RPGs kennen. Es wird irgendwann hier unten Skill Trees geben, mit denen wir unsere körperlichen Eigenschaften verbessern können oder die Schießkünste verbessern können. Es ist ähnlich aufgebaut wie DayZ. Also es hat Parallelen zu DayZ. Und es gibt aber keine schnellen Zombies. Es gibt nur langsame Zombies, also die haben auch eine schlechte Sicht, aber sie haben gute Ohren. Und jetzt zeige ich euch erst mal was. Es gibt hier ein Marketplace, bei dem kann man was mit Dollar kaufen. Dollar findet man ingame. Ich habe bis jetzt ein 128 Dollar gefunden, weil ich es seit gestern erst spiele. Zudem kann man hier Goldcoins kaufen. Ich denke, die heißen so. Das ist diese Itemshop-Währung. Aber ihr seht, man kann sich eigentlich kaum was wirklich Gutes kaufen, außer jetzt Muni und Arrow, vielleicht einen Baseball-Schläger mit Nadeln drin. Man kann sich Hüte kaufen. Die geben keinen Vorteil. Die den Vorteil geben, mit Night Ocean kann man sich für Dollar kaufen. Und Teddybären, ja, das ist auch nicht so gut. Also, dieses Spiel ist auf jeden Fall kein Pay-to-Win-Game. Und was quatsche ich eigentlich viel? Ich glaube, wir spielen erst mal. Also ich habe mir schon einen Charakter erstellt, mit dem habe ich auch ein bisschen gezockt und ein paar Waffen gefunden. Let's mal gucken, was ich hier gerade so drin habe. Also das hier ist im globalen Inventar, das sind meine Waffen. Muss ich noch irgendwas bei mir reinmachen? Ne, ich habe ansonsten alles. Okay, Server-Browser. Soll ich mir jetzt mal EU-Server raus. Und man durfte erst seit heute offiziell Let's Plays, beziehungsweise Videoaufnahmen von TheWarset machen. Deswegen dachte ich mir, hey, mach's mal jetzt eine Folge. Also ich mache, glaube ich, eine Aufnahme von 15 Minuten. Und ja, gehen wir mal auf diesen Server hier und spielen eine Runde. Booyah! Mal gucken, ob die Audio ein bisschen zu leise ist. Ich glaube, ich stelle sie gleich mal hoch in-game. Nach diesem tollen Ladescreen. Ach, wo bin ich hier? Ach ja, genau, ich bin in einer Safe Zone. Moment, bevor ich jetzt dazu was erkläre. Erstmal die Audio ein bisschen hoch machen. Und dann gleichzeitig an meinem Headset-Laser-Standos kriege ich hier gleich totale Ohrenschmerzen. Also wir sehen oben in der Bildschirmmitte Safe Zone. Das heißt, ich bin hier. Das ist eine Safe Zone. Dort kann mich, also ich kann dort nicht rumschießen. Ich kann dort aber auch nicht von anderen angegriffen werden. Also ich bin dort sicher. Und dann sehen wir hier einen kleinen Teil der Map. Also dieses Spiel ist immer noch in der Alpha-Version. Nicht wundern, es sind noch Bugs enthalten und so weiter und so fort. Wie es halt in der Alpha-Version ist. Und ja, spielen wir doch mal. Wir haben auch wie in Armor, beziehungsweise in DZ schon bekannt. Oder gewohnt. Eben diese Third-Person-Sicht. Wir können hin und her wechseln. Und, einen Moment. Okay, ich lasse mal meinen Hammer als Nahkampfer verdrinnen. Der sollte nicht so schlecht sein. Ich denke, ich laufe jetzt mal in, hier nach Campus City. Und man sieht es auch, man hat von Anfang an eine integrierte Map. Das ist im Vergleich zu DayZ schon irgendwie besser. Aber die Macher von WarZet haben ja eigentlich genug Zeit zum Verbessern gehabt, was DayZ nicht drin hatte. DayZ und DayZ, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Huch. Was ist denn das gerade? Und es geht halt einfach ums pure Überleben. Das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Spieler finde, ich werde ihn einfach abknallen. Das ist mir wirklich egal, ob er freundlich ist oder nicht. Ich möchte einfach kein Risiko eingehen. Deswegen. Mal schauen, was wir hier so für Leute drauf haben. Okay. So. Man sieht es auch ganz unten links. Wir sehen unsere Gesundheitsanzeige. Das ist rot. Dann links davon, links neben dem Männchen, ist die Hungeranzeige. Rechts davon, dass der Durst. Und das Orangene, was sich auflädt, ist, dass es uns aussieht. Das heißt, wir können nicht unendlich lange sprinten wie in DayZ. So. Oh fuck. Schüsse. Ey, ich möchte jetzt nicht sterben. Erstmal umschauen. Also ich spiele dieses Spiel eben erst seit gestern. Das heißt, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich war noch nicht in der Stadt drin. Aber ich kann mir denken, dass man auf die Dächer hochgehen kann. Und von dort wird bestimmt gesniped. Moment, ich rüsse mal lieber die Pistole aus. Oh. Und jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig da durchbewegen. Es herrscht auch eine gewisse Anspannung. Man weiß nie, oh mein Gott, wird mir jetzt abgeknallt oder nicht. Und das ist eben das, was so gut an diesen Zombie-Survival-Spielen ist. Also an eben DayZ und WarZ. Okay, Militär-Camps. Okay, Militär-Camps. Warte mal. Da hinten steht jemand. Okay, ich habe einen Helm angezogen. So, ich probiere mal den Typen da hinten zu töten. Ach, scheiße, er hat mich gesehen. Pistole ausrüsten. So, komm her. Hat er sich ernsthaft ausgelockt. Verdammt. Gut, dann benutzen wir die B93R. Ah, das war gerade blöd. Ich sollte nächstes Mal ein bisschen schneller reagieren. Okay, er wird sich auch nicht mehr auf diesem Survey einloggen. Verdammt. Der hätte bestimmt gutes Zeug gehabt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Fuck, 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 fuck. Da kommt ein Zombie. Hammer ausrüsten. So, und damit die Viecher sterben, muss man wirklich auf den Kopf. Das haben sie nämlich auch gut gemacht. Oh, fuck. Sterbt, 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 sterbt. Ich haue euch doch auf den Kopf. Okay, noch eins ist tot. Und du? Pfff. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Aber auf jeden Fall nicht mehr auf einer Straße rumlaufen. Das ist nämlich richtig blöd. Man hat's ja gesehen, man hat sofort Schüsse gehört, als wir da auf die Straße gegangen sind. Ich muss aber gucken, ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, auf welche Gebäude man kann. Oh, der ist schwerwürdig. Oh, fuck. Nummer eins getötet. Glück gehabt. Und dazu bin ich auch schon. Ja, genau. Eaten by Zombie. Verdammt, da waren zwei Leute. Okay, das ist, was ich meine. Und ein Vorteil hat's. Dieser Charakter ist jetzt nicht permanent tot, sondern ich zeig's euch mal. Sondern, sondern, sondern nur circa eine Stunde. Ich habe jetzt zwar die Ausrüstung verloren, aber ich kann diesen Charakter wieder spielen. Okay, ich habe einen Banditen getötet. Das heißt, das war ein Bandit. Naja. Okay, ich glaube, ich beende diese Folge dann einfach mal. Zwar recht kurz, mit 10 Minuten 50 ungefähr. Aber, was soll ich machen? Ich könnte jetzt einen anderen Charakter spielen, aber nein. Ich warte einfach, bis ich den wiederbeleben kann und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.